Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit einer kompletten Displaybox der brandneuen FIFA 365 2022 Sticker von Panini. Und damit seid willkommen zu diesem neuen Collectors Video, in dem wir uns heute eine komplette Displaybox mit den gerade frisch erschienen FIFA 365 2022 Stickern von Panini anschauen wollen und somit den ersten Eindruck, den wir aus der Albumvorstellung bekommen haben, noch etwas vertiefen wollen. Falls ihr übrigens während des Videos Lust darauf bekommt, diese Kollektion auch zu sammeln, könnt ihr euch die relativ unkompliziert im Panini-Onlineshop bestellen. Den Link zu den dortigen Bundle-Angeboten habe ich euch unten in die Videobeschreibung gepackt. Jetzt wollen wir aber loslegen, denn ein solches Display braucht ja auch ein bisschen Zeit. Wir werfen schnell einen Blick auf die Verpackung selbst. Sehen auf der Rückseite, dass die Stickertüten mit fünf Stickern weiterhin 80 Cent kosten. Allerdings gibt es eine entscheidende Änderung bei der Displaybox und die seht ihr unten. Es sind nur noch 36 Stickertüten enthalten. In der Vorjahreskollektion waren das ja noch 50. Vorteil ist so, dass die Displayboxen ein bisschen günstiger werden. Nachteil ist, dass die Wahrscheinlichkeit, Doppelte zu ziehen, natürlich mit jeder neuen Displaybox steigt. Also wie ihr seht, es gibt immer Argumente dafür und dagegen die Packungsgrößen bzw. den Inhalt einer solchen Displaybox zu verändern. So, dann wollen wir unsere Stickertüten mal aus der Box befreien und haben den großen Stapel mit den 36 Tüten, die so aussehen. Auch nochmal der schnelle Blick auf die Rückseite. Und nachdem ihr das alles gesehen habt, legen wir los und schauen mal, mit welchen Stickern uns das erste Päckchen überrascht. Das beginnt mit zwei Spielern von Real Madrid, Lucas Vazquez und Isco. Dann haben wir Voigt und Petraza vom Europa-League-Sieger Villarreal. Da ist unser erster goldene Sticker mit dem Wappen von Olympiakos aus Griechenland. Und dann haben wir nochmal Real Madrid mit Monty und Nacho. Und noch einen weiteren goldenen Sticker, wieder mit einem Vereinswappen und diesmal ist es Shakhtar Donetsk. Das ging doch schon mal gut los, mit direkt zwei goldenen Stickern. Und im nächsten Päckchen warten zwei der historischen FIFA World Cup Embleme, mit dem der Weltmeisterschaft 1966 in England und dem Logo der Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko. Dann haben wir El-Kadoubi und Murk von Paok. Chesny und Perrin von Juventus. Andruzos und Bar von Olympiakos. Dann der Starspieler des englischen Nationalteams mit Harry Kane. Und der bildet, wie ihr sehen könnt, auch den Abschluss dieses Päckchens. Denn mit fünf Stickern in einem solchen Tütchen ist man natürlich auch immer relativ schnell durch. Daher direkt weiter zum nächsten. Und zwei argentinischen Nationalspieler mit De Paul und Angel Di Maria. Gefolgt von ihren Teamkollegen Montiel und Otamendi. Dann haben wir unseren ersten Trikot-Sticker mit dem Trikot von Olympiakos, die in den bisherigen Packs richtig stark vertreten sind. Und dann Emeric Laporte und Kai Walker von ManCity. Und das Logo der FIFA, das seinen Platz auf der ersten Seite dieses Albums finden dürfte. So, dann sortieren wir mal schnell unsere verschiedenen Sticker-Arten. Bevor wir dann direkt mit dem nächsten Pack weitermachen. Indem wir TT und Traore von Shakhtar Donetsk finden. Dann haben wir unseren ersten Ball mit dem Spitznamen Colchoneros. Dann ein weiteres Trikot. Diesmal das von Ajax Amsterdam. Und direkt noch eins hinterher mit dem blauen Dress von Chelsea. So, und zum Abschluss des Packchens noch zwei Spiele-Sticker mit Kiesa und Mois Kien von Juventus. Die Spiele-Sticker der Vereins-Teams sind ja diesmal im Querformat. Ich finde, das hat Panini richtig gut gelöst. Also die machen einen richtig schicken Eindruck. Und jetzt mal eine Abwechslung zu dem, was wir aus früheren Kollektionen kennen. Dann geht's weiter mit Rodriguez und Vigon von Tigris. Das Wappen von Manchester United. Dann haben wir Chiellini und Quadrado von der Juve. Dann das Wappen von Inter Mailand. Und noch zwei Spiele von Olympique Lyon mit Neuzugang Jérôme Boateng und Leo Dubois. Dann geht's weiter mit Federico Valverde und Gavis Bale für Real Madrid. Und das Logo von Villarreal, gefolgt von dem von Paris Saint-Germain. Also wieder zwei goldene Sticker im Päckchen. Und dann haben wir noch Lissandro Martinez und Masraoui von Ajax. Sowie Trent Alexander-Arnold und Joe Gomez von Liverpool. Dann geht's weiter mit dem nächsten Ball. Und der trägt mit Nerazzurri den Spitznamen von Inter Mailand. Dann haben wir wieder zwei Nationalspieler. Erneut Argentinien mit González und Martínez. Da sind die ersten zwei deutschen Nationalspieler mit Mats Hummels und Lukas Klostermann. Und dann geht's mit den Vereinsteams weiter mit Vrijalco und Carrasco für Atletico. Und nochmal ein Nationalspieler-Sticker mit Jordan Pickford und Harry Maguire für das englische Team. So, nächstes Päckchen. Und wir schieben hier mal ein kleines Stückchen runter. Denn ich sehe, wir rutschen oben raus, während wir unten noch jede Menge Platz haben. Da ist der nächste Spielball mit PSG und das dürfte außer Frage stehen, für welchen Verein das steht. Dann haben wir Benjamin Pavard und Corentin Toulisou für das französische Nationalteam. Zwei belgische Nationalspieler mit Thibaut Courtois und Tobi Alderweireld. Dann haben wir Serge Gnabry und Timo Werner für das deutsche Team. Und nochmal eins der historischen FIFA-Plakate. Diesmal mit dem allerersten Plakat von der Fußball-Weltmeisterschaft 1930 in Uruguay. So, dann kommt unser erster Starspieler-Sticker. Hat ein ganzes Weichchen gedauert. Mason Mount von Chelsea. Dann haben wir Frank Fabra und Esquielos von Boca Juniors. Marco Asensio und Luca Modric von Real. Danilo Pereira, André Di Maria Paris. Und ihre beiden Teamkollegen Kilian Mbappé und Neymar zusammen auf einem Sticker. Dann geht's weiter mit Rossi und Garcia von den Boca Juniors. Zwei Teams von der Klub-Weltmeisterschaft 2020. Al-Ali aus Ägypten und Palmeiras aus Brasilien. Dann haben wir Setsu, Arsenio und Rudi von Villareal. Und Zlatan Ibrahimovic als Starspieler vom AC Mailand. So, und einen Sticker haben wir noch zum Abschluss des Päckchens mit den Logos der beiden letzten Weltmeisterschaften in Brasilien und Russland. Dann haben wir wieder zwei deutsche Nationalspieler mit Leon Goritzka und Kai Gündoğan. Gefolgt vom nächsten Spielball mit Los Aureasules. Das ist vermutlich der von Tigris. Dann haben wir die nächsten zwei deutsche Nationalspieler mit Kai Havertz und Julian Draxler. Das Trikot von Villareal, das man fast schon suchen muss, mit der gelben Farbe auf diesem goldenen Sticker. Und Jack Grealish und Marcus Rashford für die englische Nationalmannschaft. Dann haben wir Budiav und Hatim für das Nationalteam von Katar. Matthias Ginter und Robin Gossens für die deutsche Nationalmannschaft. Jeremie Ducou und Torgen Hazard für Belgien. Locatelli und Ferrati für Italien. Und nach so vielen Nationalspielern mit Weigand und Almendra noch zwei Vereinssticker von Buka Juniors. Also grundsätzlich sehr nationalmannschafts-lastig bisher dieses Display. Und daher geht es jetzt erstmal mit Vereinsstickern weiter. Tagliafico und Timber für Ajax. Pikiris und Renan für Palmeiras. André, Pierre, Gignac und González für Tigris. Moussa Dembélé und Carivere für Olympique Lyon. Und Obando und Briasco für Buka Juniors. So, das war eben, glaube ich, unser erstes Sticker-Päckchen, wo wir nur Vereinsspieler hatten, ohne irgendwelche Sondersticker. Das wird im nächsten Päckchen wieder anders, indem wir unseren ersten Rising-Star-Sticker finden mit Mason Greenwood für das Team von Manchester United. Dann haben wir Di Marco und Dumfries für Inter-Mainland. Ida Militao und Marcelo für Real. Dudu und Luis Adriano für Palmeiras. Und Stimani und Toco Ekambi für Lyon. Weiter geht's mit dem Neuzugang von Real Madrid. David Alaba und Dani Cavacal. Dann haben wir Gianluigi Donnarumma und Bonucci für das Team der Italiener. Werdao, der Spielball von Palmeiras. Dann Lukaku und Mertens für Belgien. Und mit The Blues haben wir dann noch den Spielball von Chelsea. Dann geht's weiter mit Martinez und Romero für das argentinische Nationalteam. Beim nächsten Spielball muss man, glaube ich, nicht groß dazu sagen, wem der gehört. Los Blancos ist der von Real Madrid. Und dann haben wir noch das Trikot von Manchester City. So, und zum Abschluss des Päckchens bleibt noch der Sticker von Lapjad und Berkowitz von Ajax Amsterdam. Nächstes Päckchen mit Kornjanko und Khrushchev von Schachtor Donetsk. Thiago Silva und Saul für Chelsea. Ehrling Haaland als Starspieler für Borussia Dortmund. Und direkt hinten dran Teamkollege Jude Bellingham als Whitingstar für den BVB. Das nenne ich ja mal Päckchen. Und dann haben wir nochmal das Wappen von Schachtor Donetsk zum Abschluss dieses Päckchens. Dann geht's weiter mit dem Pokal des FIFA Futsal World Cups, der im letzten Jahr in Litauen gespielt wurde. Dann haben wir Alex Sandro und Bonucci von der Juve. Rising Star, Xavi Simmonds für Paris Saint-Germain. So, und mit Aldo Heil und Ulsan Hyundai wieder zwei Teilnehmer des FIFA Club World Cups in Katar. Und nochmal ein Starspieler der Nationalteams, leider erneut Harry Kane, den wir ja bereits direkt zu Anfang gezogen haben. Da hätte ich mir natürlich lieber einen der anderen 7 gewünscht, aber ganz ohne Doppelte geht's natürlich auch nicht. So, und wir machen weiter mit Kakeri und Scherky von Olympique Lyon. Dann haben wir Dia und Gerard Moreno von Villarreal. Roberto Firmino und Gabriel Jesus für die brasilianische Nationalmannschaft. Und ihre beiden Teamkollegen Casemiro und Luis Paqueta. Sowie Alejandro Gomez und Sergio Aguero für das argentinische Team. Dann haben wir mal wieder ein Trikot, diesmal das von Boca Juniors. Dann Benacer und Bacayoko vom AC Mailand. Chiro Immobile und Lorenzo Insigne für das italienische Nationalteam, gefolgt von Calvin Phillips und Declan Weiss von England. Und dann haben wir noch Trigeros und Iborra von Villarreal. Dann geht's weiter mit dem, wenn ich mich nicht täusche, ersten Sticker mit zwei Spielern des FC Bayern. Coritin, Tolisso und Leroy Sané. Dann haben wir Rising Star Raphael Leao vom AC Mailand. Davi Klaassen und Mohamed Kudos von Ajax. Kutic als Starspieler von Park. Und zum Abschluss des Päckchens Diogo Jota und Roberto Firmino von Liverpool. Dann haben wir das Wappen von Chelsea. Starspieler Karim Benzema für Real Madrid. Und direkt der nächste hinterher mit Hussein Aoua für Olympique Lyon. Dann haben wir ein Rising Star mit Gabriel Menino von Palmeiras. Und die beiden Torhüter des BVB mit Gregor Kobel und Marvin Hitz. Weiter geht's mit dem Rosso Nieri-Spielball vom AC Mailand. Dann haben wir Hakimi und Kimpembe für Paris. Menino und Vega für Palmeiras. Dann der Spielball von Paok. Alessandro Bastoni und D'Ambrosio von Inter Mailand. Und das war's für dieses Päckchen, sodass wir direkt mit dem nächsten weitermachen. Indem wir Cristiano Ronaldo jetzt im Trikot von Manchester United finden. Zusammen mit Edinson Cavani. Und daran seht ihr auch, dass die Kollektion sehr aktuell ist. Die Transfers aus dem Sommer wurden da noch eingearbeitet. Dann haben wir Martin Stecklenburg und Pazwea von Ajax. Marquinhos und Xavi Simmonds von Paris. Navi Keita und James Milner von Liverpool. Und Marcos Llorente und Antoine Griezmann, der ebenfalls noch im August gewechselt ist, von Atletico Madrid. Dann haben wir den nächsten FIFA Pokal mit dem FIFA Beach Soccer World Cup. Und das dazu passende Logo der letztjährigen Veranstaltung in Russland. Dann haben wir Alan Patrik und Dentinho von Donetsk. Rising Star, Kralem Hudson-Odoi von Chelsea. Und seine Teamkollegen Christian Pulisic und Hakim Sierch. Dann geht es weiter mit Manchester United und Mason Greenwood und Anthony Martial. Kasimiro und Toni Kroos von Real. Rising Star, Joao Felix von Atletico. Das Wappen des AC Mainland. Omar Richards und Buna Saar von den Bayern. Und schon sind wir beim nächsten Päckchen angelangt. Indem wir Phil Foden und Mason Mount für das englische Nationalteam finden. Dann The Reds, der Spielball von Liverpool. Marcos Alonso und Cesar Aspilicueta von Chelsea. Afif und Ali für das Nationalteam aus Katar. Und Raphael Leao und Ante Rebic für den AC Mainland. Dann haben wir Erik Garcia und Girard Piquet für Barcelona. Varela und Roulon für Boca Juniors. Torgen Hassan und Yusufa Moukoukou für Borussia Dortmund. Ruben Diash und John Stones für Manchester City. Und nochmal zwei Dortmunder mit Renier und Giovanni Rehner. Dann geht es weiter mit Rising Star Ryan Cherki von Olympique Lyon. Das Wappen des FC Barcelona. Condor Bia und Le Mar von Atletico. Alisson und Adrian von Liverpool. Und nochmal ein Rising Star Sticker. Diesmal Vinicius Junior von Real Madrid. Dann haben wir wieder zwei Spieler von Boca Juniors mit Pavon und Orsini. Thauvin und Fulgenzio von Tigris. Lopez und Rojo wieder Boca Juniors. Rising Star Ryan Gravelberg von Ajax. Und noch ein Rising Star mit Anatoli Trubin von Shakhtar Donetsk. Dann zur Abwechslung mal wieder zwei Nationalspieler mit Kim Pembe und Longley für Frankreich. Ben Talcourt und Kulusewski für die Juve. Der dazu passende Spielball, Ibianko Neri. Dann haben wir Marco Reus und Doniel Mahlen für Borussia Dortmund. Der Spielball von Manchester City, den Citizens. Und es geht direkt weiter zum nächsten Päckchen. Mit Chubwuizze und Paco Alcacer von Villarreal. Dann Legon, der Spielball von Olympique Lyon. So, da haben wir nochmal einen Starspieler aus dem Nationalmannschaftsbereich mit Giorgio Cellini für das italienische Nationalteam. Und den Sticker des FIFA Club World Cup Siegers 2020 der FC Bayern München. So, und zum Abschluss des Päckchens noch ein Trikot. Diesmal in leuchtendem Orange. Das von Shakhtar Donetsk. So, wir nähern uns langsam dem Ende. Ich glaube, vier oder fünf Päckchen sind das noch. Finden Kevin De Bruyne als Starspieler für Manchester City. Dann Sergio Roberto und Migo Esa für Barcelona. Nochmal Erling Haaland als Starspieler des BVB. Dann die Logos der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland und 2010 in Südafrika. Dusan Atatich, Starspieler von Ajax. Und wir machen direkt mit dem nächsten Päckchen weiter. Mit Sadio Mane und Mo Salah für Liverpool. Dann haben wir nochmal Kevin De Bruyne und Fernandinho. Gustavo Scarpa und Danilo für Palmeiras. Enrique und Jason Denayer für Olympique Lyon. Und nochmal ein Starsticker aus dem Nationalmannschaftsbereich mit Thiago Silva für Brasilien. So, vorletztes der 36 Päckchen. Mit dem Trikot von Atletico Madrid. Dann haben wir Nathan Ake und Jean Cancelo von ManCity. Matteo Kovacic und Mason Mount für Chelsea. Michalidis und Taylor für Palmeiras. Und Andrea Belotti und Federico Chiesa als Nationalspieler für Italien. Und dann kommen wir zum letzten Päckchen aus diesem Display. Mit dem Trikot von Palmeiras Saloniki. Dann Shaqiri und Thiago Mendes für Olympique Lyon. Bruno Fernandes und Fred für ManCity. Selemakers und Tonali für den AC Mailand. Und unser letzter Sticker sind zwei Nationalspieler des Katar mit Pedro Miguel Correa und Abdelkarim Hassan. So, das waren sie, unsere 36 Päckchen aus diesem Display. Insgesamt 180 Sticker dieser neuen Kollektion haben wir damit gesehen. Hatten, wenn ich mich nicht täusche, auch aus allen Bereichen des Albums was dabei. So, dass ihr, denke ich, spätestens nach diesem Video einen ganz guten Eindruck von dieser neuen FIFA 365 2022 Sticker Kollektion gewonnen haben dürftet. Welche der neuen Sticker euch am besten gefallen, das dürft ihr mir jetzt mal unten ins Kommentarfeld schreiben. Vergesst auch nicht, nochmal aufs Däumchen nach oben zu drücken, wenn ihr bisher noch kein Like für dieses Video da gelassen habt. Falls ihr mitsammeln wollt, findet ihr, wie gesagt, den Link zum Panini Online Shop unten in der Videobeschreibung. Und falls euch das gefallen hat, was ihr gesehen habt und ihr künftig keine Videos auf diesem Kanal verpassen wollt, hier aber noch nicht regelmäßig dabei seid, dann schnappt euch noch schnell eins der kostenlosen Kanalabos. Und lasst euch über neu erscheinende Videos benachrichtigen. Wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.